Ich habe einen Streifen. Nein. Ich will kein weißes Make-up. Ich will, dass ich schwarz bin. Janis, wie fühlst du dich nach der Szene? War es schwer? Mein Leben ist so anders jetzt. Ich bin ein neuer Mensch. Ich glaube. Das bleibt. Magst du deine Gurke nicht? Nein. Ich mag keine Gurke. Vor allem wenn sie heißen, wenn sie warm sind. Das ist ja gut. Du bist Vegetarier. So essen Gurke sind schon was geiles. Wir werden da pissen. Kinnett. Plotter unendliche Regulierungen. Plotter unendliche Regulierungen. Das wird noch sein. Wir haben noch wenige Fassi. Wir waren so unendliche Fassi. Wir fühlen uns so los. Schreiben. Zu uns. Ja, genau. Schauen. Das mache ich auch immer. Du kannst schon. Du kannst schon. Ja, jetzt. Du kannst schon. Und da. So. 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 Über die Linsen kann ich. Genau. So. Das ist ein ziemlich geiler Schott. Rudi. Das ist ein ziemlich kleiner Schott. Ja. Das ist ziemlich geil.